Guten Morgen! Willkommen zum zweiten Teil für die Mission. Wir müssen Hannibal und sein Bruder voneinander trennen. Ich wusste auch nicht, dass Hannibal einen Bruder hat. Das habe ich hier erst gelernt in dieser Mission. Aber ganz cool. Wir müssen sie voneinander fernhalten. Wir haben uns schon einige Armee bekehrt. Müssen natürlich noch die beiden Gegner besiegen. Ich habe in den Dings gelesen, in den Missionszielen stand eigentlich, dass man das auch mit einem Weltmunder machen könnte. Wir werden aber den Krieg wählen. Aber hier steht es auch gar nicht. Deswegen weiß ich es nicht so genau, um ehrlich zu sein. Aber ich werde jetzt das Kriegerisch lösen. Dings ist an. Wir sind auf dem Weg gleich. Wir haben gewusst. Das nächste Zeitalter. Ja, das wird zuerst das Rote. Wir greifen zuerst die Roten an. Können wir alles in die eine Richtung dann werfen. Können wir natürlich auch andersherum. Aber die Gelben sind halt, äh der Rot ist einfach viel näher an uns. Dran. Die sind auch beide ins vierte Zeitalter aufgestiegen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist nicht cool. Aber naja. Wir werden es überleben. Die Frage ist, ich weiß nicht, wie sehr allein ich mein Land lassen kann hier. Soll man bereit machen? Oh, ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen Zeit verpleppern hier mit der Variante, die wir hier haben. Erektis Erectus, Laribus, One, Laribus Okay Damn Oof I don't care Cool, verkehrt Okay Erstmal das Update holen Das und das Update holen Habe ich nicht genug Gold für Aber das holen wir uns noch 5 plus 4 Das macht gleich viel Schaden wie ich Sooo Lagerungswaffen machen mehr Schaden Rüstung für Infanterie Danke Ruhe ich mir auch Mach einfach mal nebenbei Nahrung So wir marschieren jetzt einfach mal Richtung Halibus Bauen nebenbei ein paar Leute Aber wir haben eine ganz solide Basis So hier geht mal auf die 3 Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen in das Land vorschuss So hier ist das Hinschüter Und von den 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 und den Ja die sind gut. Och nö, jetzt kommen wir auch noch von der Seite. Ich bin verlockt doch tatsächlich einfach das Wunder zu bauen. Irgendwie scheint das der easy way out zu sein, den Wunder zu bauen. Um. Jetzt kommen da so geiles Panzen. Ja ok, Weltwunder. Hannibal hat sich anscheinend mit seinem Bruder vereint. Und da können wir nicht machen. Das Weltwunder ist unsere Chance. Lebes, wir sind weit weg von dem Weltwunder. Nahrung brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr gerade. Nagelprobe. Ja wir machen nebenbei Holz erstmal. Moment mal. Das sind auch gar nicht genug Steine, fällt mir gerade auf. Oh da sind auch noch Steine, ok. Ok erstmal so. Du auch noch an Stein. Wir müssen ja gut mit Steinen aufholen. Ja hier ist nichts zu retten. Hier ist nichts zu retten. In meinem Land. Oh ist das traurig. Ist das traurig Leute. Ich sehe auch schon kommen, wie wir dann das Dings bauen. Das Weltwunder und Werfer angegriffen werden durch. Also durch. Durch irgendwelche Schiffe und durch Landungen von unseren Gegnern. Wir werden einfach komplett weggefegt. So. Weiter einsammeln. Gut, Gold sind wir auf gutem Weg. Holz werden wir wahrscheinlich am ehesten dann auch brauchen. Dann bauen wir das dick hier hin. Und gucken ob wir tatsächlich mit dem Weltwunder dann auch gewinnen. Oder ob das einfach eine Falle ist quasi. Hm. Das bauen wir nicht. Das kostet unglaublich zu viele Ressourcen. Zu viele für das was es bringt. Ah, das zerstört ein bisschen unsere Sachen. Das ist okay. Der Steinvorrat steigt auch rasant. Ist das auch gut. Finde hier an der Arbeit. Ja. Auch sehr gut. Über 700 Steine haben wir schon. Der Goldarbeiter ist auch gleich fertig. Kostet doch 1000 alles, oder? Ja. Ja. So. Hier könnt ihr schon mal hier runter. noch Steine holen. Schade, dass der Stein da oben nicht reicht. Wird tatsächlich da unten noch ein bisschen Stein abholen müssen. Und mal bitte da aussteigen. Ah, das Weltwunder ist jetzt schon ein bisschen Hasentumstaktik. Aber ich glaube sonst hätte ich nochmal neu starten müssen hier. Außerdem haben wir, weiß ich gar nicht, überhaupt schon mal mit einem Weltwunder. Haben wir schon mal ein Weltwunder gebaut? Ich bin mir nicht so sicher. So. Kann mal da runter bitte. So. Hier drei. Holt auch nochmal Stein. Dann müsste das auch reichen. Hier könnt ihr auch schon mal da runter gehen. Holen wir noch die ab. Und wenn die da sind, dann bauen wir, dann legen wir los hier. Ah, unser Dorfzentrum ist leider kaputt. Wo wir sich noch mehr Dorfbewohner holen. Und 16 Dorfbewohner ist nicht besonders viel, um eine Weltwunder zu bauen. Oh, naja. Es wird bestimmt. Das Kriegen wird auch hoch. Hochgezogen. Ganz locker. Ja. Hoffentlich. Und wir holen uns noch die... Wir bauen noch ein Dorfzentrum. Wir bauen das noch nebenbei. Kostet ja nicht viel Holz. 180. Muss jeder einmal Holz abgeben. Und dann sind wir auch soweit, dass wir nebenbei Dorfbewohner bauen können. Oh. Ja. Alles in Ordnung. Dorfzentrum dahin bitte. Das wird knapp. Also wenn das überhaupt mit dem Weltwunder funktioniert, das werden wir ja sehen. Wir wollen schon acht so leute Sehen wir mal, wie weit wir kommen. Vier Prozent haben wir schon. Es kommen ja auch immer Leute dazu, die weiterhelfen mitbauen. Acht Prozent. Können wir höhere Baugeschwindigkeit entwickeln? Nein! Wir haben nicht genug Nahrung und Holz für das... Naja, okay. Whatever. Ein Drittel der... also ein Drittel weniger Bauzeit wäre cool gewesen. Aber jetzt auch zu spät. Noch werden wir nicht angegriffen, Leute. Ist mir auch aufgefallen. Noch ist alles okay. Aber wir hätten ihn viel viel früher angehen sollen. Die Reiter waren nicht so das Problem. Die Ballisten kombiniert mit den Piekenleuten hier. Die waren... das war krass. Was hat es mir am Ende gegeben? 28 Prozent haben wir schon. So ein bisschen... Sehr ladebalkenmäßig zuzuschauen. Aber auch ein Talent, wer Ladebalken kommentieren kann. Also ich meine, ich kann das nicht. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die richtig geil Ladebalken kommentieren können. Aber dann wäre ich vielleicht auch einfach professioneller Hype-Streamer oder so. Wenn ich so gut wäre, dass ich den Bau eines Weltwunders richtig geil kommentieren könnte. Also wo dann die Einschaltraten nochmal richtig durch die Decke gehen. Wenn man sich anguckt, wie Leute ein Weltwunder bauen. Schon bei 41 Prozent übrigens. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Und wir werden ja auch mehr Leute. Jedes Mal mit jeder Person wird es schneller. Die hier auftaucht und seinen Teil leistet. Hätten wir... oder seinen ihren Teil leistet, wenn wir... Hätten wir... wir hätten das mit dem Konstruktionszeug haben müssen. Dann wären wir sehr viel schneller. Da hätten wir es bald schon. Ich meine, jetzt sind wir gerade mal bei der Hälfte. Jetzt genau. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Wie lange haben wir jetzt geredet? Drei, vier Minuten? Also nochmal drei, vier Minuten, bis das Weltwunder-Test steht. Mal schauen. Pass auf, dann ist das Weltwunder fertig. Und das war gar nicht die Siegbedingung. Das wäre richtig deprimierend. Dann hätten wir auch ein echtes Problem übrigens. Wenn das nicht die Siegbedingung ist hier. Ich glaube, dann müssen wir sowieso neu starten. Weil die kriegen so viel Armee zusammen, dass wir da keine Chance haben werden. Aber die Leute wissen auch nicht so genau, wo sie immer hin sollen zum Arbeiten. Teilen sich ein bisschen merkwürdig auf. Also warum sie da so Lücken lassen. Ich meine, da wird halt einfach direkt jemand hin. Und ein bisschen drücken sogar zwei. Oh, wir können noch einmal. Haben wir mittlerweile auch 29 Arbeiter. Ein Fischerboot haben wir ja. Jetzt zähle ich auch noch dazu. Oder eher hier. Wie viel Platz eher? Ja, das ist ein richtig old Loner. Einfach. Das sind wir. 77%. Über dreiviertel haben wir. Wir wären hier jetzt auch schon fertig, wenn wir die dritte schnellere Konstruktionszeit geupgradet hätten. Hätten wir es schon geschafft. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. 90% gleich. Da sind die 90%. 50 Headpoints noch. Kommt der noch dran? Muss der um seinen Arbeitsplatz bangen hier? Nee, nee, eher Schatz noch. Eher Schatz noch. Der nächste. Obwohl, ich habe keinen nächsten mehr. Der nächste hätte es nicht mehr geschafft. Der wäre jetzt vielleicht das losgelaufen oder so. Und Leute, bitte. Lasst es, lasst es den Sieg sein. Sie werden gewinnen, wenn es 2000 Jahre überlebt. Äh, okay. Muss ich jetzt hier verteidigt bauen? Keine Ahnung. Ich habe die jetzt zum Stein geschickt, damit die Türme bauen im Notfall. Ich kann eine Mauer bauen. 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 Jetzt geht es richtig rund hier mit. Äh, Verteidigung. So. Hier auch noch vor eine Mauer. Hier baut eine Kaserne. Wo ist meine Kasernen? Äh, wo ist meine Kasernen? Aber ich meine, einen Zehntel haben wir bald. Von unserer Zeit. Von unserer Zeit. Jetzt ist fertig. Du sammeln auch mal. Du kannst mal einen Turm bauen. Da. Was kostet die bessere Mauer? 100 Steine. Aber er scheint aktuell nicht anzugreifen. So wirklich. Oh. Oh. Ja. Und jetzt habe ich den Schleitern. Du wirst unseren Schleitern machen. Akte Hilsche? Greift ja nicht an. He. Ich baue einfach das Ding ein. Ach, ich habe nicht genug Nahrung. Na gut. also mal ganz anderes problem 80 nahrung hier rüber ok darüber Du baue den da. Okay, wo sind wir? 150, 155 Jahre, also fast ein Viertel. Mit allem Steinen, der da ist, werden wir jetzt noch Türme bauen. Ich könnte noch mehr...ja gut, das könnte ich auch noch machen. Ihr könnt ja noch... Ihr könnt ja jetzt mal, dass ich noch mal aufrüsten, befestigter Ball. 175 Steine, warum nicht? Nicht richtig gut verteidigt. Ich muss noch eine Kaserne holen. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Also, jedes Jahr geht ein bisschen schneller als eine Sekunde runter. Ich bucke gleich bei 1400 mal auf die Uhr. Und... Ab... Jetzt. Die Aufnahme ist bei 26,58 gewesen. 26,58 war die Aufnahme. Also mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, ich bin schon wieder durch. Okay. Äh... Dann lassen wir 200 Jahre verstreichen. Ne. 100. Wenn wir 1400 gucken... Ah ja, okay. Wir sind noch gar keine 100 Jahre durch gewesen. 20 Jahre. Das waren... 50 Sekunden. 50 Sekunden ungefähr für 100 Jahre. 50 Sekunden mal 12 sind... 10... 10... Ne, warte, nicht 1000. Ähm... 13 mal 5 sind... 50 sind 65. Keine Ahnung, was ich hier rechne, um ehrlich zu sein. Wir brauchen ein bisschen weniger als 10 Minuten. Dafür. Glaube ich. Egal. Ich höre jetzt aufzurechnen. Das ist mir kompliziert hier alles. Wir bauen mehr Türme. Aufbeißen... Oh... Aufbeißen. Oh... Weißer. Noch richtig aufrüsten mit Leuten. Jo... Hast bald maximal eine Bevölkerung erreicht. Haha. Jetzt hat nur mal hier... richtiger... richtigen Wirtschaftsschub eingeleitet. Fernwaffenreichweite hochziehen. Können wir noch machen. Krass, dass hier nicht mehr angegriffen wurde. Konzerne zählen nur als Hälfte der Bevölkerung. Das werden wir auch noch machen. Das werden wir auch noch entwickeln. Alles gute Sachen, die wir hier haben. Da ist noch was zum Jagen. So. Sehr aneinheiten ziehen, nur die Hälfte. Das machen wir. Nun, wir brauchen mal eine Hütte. Hier. Noch mehr Nahrung machen. Tausend Jahre gleich nur noch, Leute. Ja, aber die lassen wir jetzt runterlaufen. Da lohnt es sich, keine neue Folge für anzumachen. Fanta Riegel. Oh, nee. Wir wollen ja noch die anderen Dings erst mal machen. Das wollen wir. Und wir wollen Trefferpunkte für Gebäude und Welle. Plus 20 Prozent. Da haben wir noch mal mehr. Mehr Verteidigung. Da werden wir noch mal mehr leben. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier nicht angegriffen auf der anderen Insel. Das kann der Computer nicht. Hier drüben anzugreifen. Wir leben alles 500. Wenn wir gleich sehen, 20 Prozent mehr sind ja dann 600, oder? Finde ich alles täuscht. Viel zu viel rechnen in dieser Folge. Viel zu viel rechnen. Plus 3. Bonus Schaden von Dorfbewohnern gegen Welle und Türme. Das finde ich auch richtig merkwürdig gesagt. Gegen Welle und Türme. Wer greift denn mit Dorfbewohnern Welle und Türme an? Das muss so ein richtiges Late-Game-Ding sein. Anders können wir das nicht vorstellen, dass das sonst Leute machen. Weniger als 900 Jahre sind es noch. Der zweite Ladebalken schon gespielt. 600, ja. Hat was gebraucht. Pass auf, Leute, jetzt. Pass auf, dann bringt das noch nicht mal was. Ich sehe es einfach kommen, wie es einfach nichts bringt. So, können wir noch was entwickeln? Irgendwas, was uns hilft. Wir haben noch Gold. Wir können Ballistik noch erforschen. Hoffentlich nicht. Das kann er noch machen. Machen wir das. Machen wir das. Heilungsrat erhöhen, auch eine gute Sache. Hier ist alles erforscht. Habe ich nichts für. Das kann ich machen. Aber das ist tatsächlich richtig sinnlos, wenn ich kein Gold mehr abbaue. Das hier könnte ich noch machen. Aber ich habe nicht genug Gold. Vielleicht sogar besser als die... als die hier. Das Update zu machen. So sind wir, 720 Jahre. Wie schnell einfach die Ressourcen von so einer Insel verschwinden, wenn hier 30 Arbeiter loslegen und Sachen machen. Er hat auch einen richtig geilen Weg hier. Keine 700 Jahre mehr. Wir kommen dem Ende entgegen. Hoffentlich. So, den kann ich schon mal offen lassen. Das Bronzeschild werden wir zum... Wer ist denn der nächste Upgrade? Eisen-Schild? Vielleicht? Nach der Bronzeszeit kam doch die Eisenzeit, oder? Ich könnte noch Holz-Upgrade. Ich könnte noch Schiffe machen. Hauen wir noch die Schiffe raus. Keine 600 Jahre mehr. Aber die Ressourcen? Die Ressourcen gehen hoch hier. Vielleicht haben wir 500 Jahre, dann ist es nur noch ein Viertel. Aber ich habe schon seit 1837 eigentlich schon nichts mehr zu sagen. Über dieses Spiel. Außer, dass ich immer noch nicht weiß, ob es tatsächlich denn was bringt, das Weltwunder zu bauen. Ob das überhaupt die Siegbedingung ist. Es stand in den Dingern drin, bin ich mir sehr sicher. In den, was ich durchgelesen habe, hat mir das ja nicht ausgedacht. Ähm... Aber da oben steht es jetzt halt nicht drin. Und dass ich wahllos Sachen erforschen kann. Das könnte ich auch noch machen. Ich kann halt hier noch D machen. Und meinen Score pushen. Ich meine, ich bin mittlerweile mit Abstand auf Platz 1. Obwohl ich ihn nur auf den Sack gekriegt habe beim Kämpfen. Aber 400 Jahre... Vielleicht ist das ja auch die letzte Mission gewesen. Ähm... Die letzten Missionen waren ja alle nicht so lange. Also die Missionsreihen jetzt nicht... Diese Missionen, die Kampagnenreihen sind ja ähm... Sehr viel kürzer gewesen in den letzten. Jetzt, am Anfang waren es ja so sechs, sieben, acht Missionen. Die letzten beiden waren immer nur so drei, vier. Und wir sind jetzt schon in der vierten. Die jetzt auch so kurz ist. Wir werden das sehen. Ich meine, als nächstes kommt dann schon Cäsar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen jetzt und Cäsar war. Das ist so genau. Wann war denn Cäsar? Cäsar war der erste... Also... Wir waren ja noch... Wir waren bei Nero. Nero. Stimmt's? Nero? Nero? Ich weiß gar nicht. War das Nero? Ja, Nero war doch... Der Rom abgebrannt hat. Aber ich hab da irgendwie... Ich dachte, ich hab Nero gelesen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau, wo wir sind in der Geschichte Roms hier. Wann Cäsar denn ins Spiel kam? Wenn Arvid Cäsar das nächste ist? Cäsar schon unter Augustus? Also... Julius Cäsar unter Kaiser Augustus unterwegs ist. Ich bin nicht so ganz sicher. Ihr merkt, ich rede einfach nur noch. Wir gucken uns noch die letzten 250 Jahre an. Gucken zu, wie unsere Ressourcen hochgehen. Wie wir jetzt eine neue Schiffstechnologie haben. Können wir auch noch erforschen. Warum nicht? Wir gucken uns noch nicht. Nebenbei. So als zusätzlichen Ladebalken. Äh, als Ladebalken im Ladebalken quasi. Und... Ja, aber sie haben mich nicht angegriffen. Das war ihnen vollkommen egal, dass ich ein Weltwunder gebaut habe. Das Kolosseum übrigens für die Römer. Können wir uns auch mal angucken. Ein bisschen. Man kann ja nicht drehen. Aber sehr schön gemacht. Obwohl ich dachte, ich habe mal gelernt, dass die oberen Ränge alle aus Holz gewesen wären. Dass es aber nur Holzbalken gewesen wären. Und deswegen sieht man sie halt jetzt nicht mehr. Weil das halt in den letzten 2000 Jahren halt dann verschimmelt ist. Oder weggenommen worden ist. Oder abgebrannt ist. Oder so. 130 Jahre. Also jetzt ist es ein bisschen weh. Ja, eine Minute. Jetzt sagen wir mal, jetzt ist es noch ungefähr eine Minute. Bis zu meinem hoffentlich Sieg. Oder... meinem Grauen. Was wir... Oh, das machen wir doch. Nicht genug Nahrung. Dann schaffen wir es auch nicht mehr. Nur noch 90 Jahre. Ob wir Nahrung kriegen wir in der Zwischenzeit nicht mehr zusammen. Aber wie krass das sein muss. Bei 50 ist es schon gar nicht so leicht, das alles unter Kontrolle zu haben. Je was man hat. Bei Age of Empires 2 ist ja das Bevölkerungslimit 200. Also da ist deutlich mehr am gerödelt... Am gerödeln... Am geröd... Am... Am... Whatever. Am machen. Das heißt hier. Ich meine... Wenn ich jetzt noch viermal mehr Einheiten steuern müsste. Ich meine, ich steuere hier natürlich gerade niemanden. Aber ihr habt ja gesehen, wie schnell die einfach dieses Holz weggeballert haben. Da hätte ich schon zweimal neue Lager bauen müssen. Und gewonnen. Ach, sehr gut. Das wirklich. Ich sage, ich sage es. Ich gebe es zu. Es war Hasenfusterkrieg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist auch noch ein bisschen. Sein Blick richtet sich auf Afrika und Kartago selbst. Okay. Ja, das sind doch gar nicht so lange. Wollen wir mal gucken. Okay, alle hatten Maximalbevölkerung. Am Ende. Ähm. Ja, wie gesagt. Nicht so lange machen wir machen. Wir machen jetzt nochmal aufschließen. Ja, es gibt noch eine Mission. Äh. Gegen Kartago. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn euch das gefallen hat, meine Ladebalken-Folge, dann folgt mir doch, kommentiert. Was gibt's noch? Liken? Das war's, glaube ich. Um richtig groß auszuhören, ihr könnt auch bei Twitch vorbeischauen. Aber das Zahm war in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.